So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier in Frozen, ich wollte gerade Frozenland sagen, in Sunkenland. Yes, herzlich willkommen auf der Radiosenderinsel. Schön, dass du deine Projekte durcheinander bringst. Ja, oder? Ja, absolut. Oh, wir werden schon wieder angegriffen. Wir sind gerade dabei, diesen wunderschönen Ort zu erobern. Wie ihr seht, noch semi-erfolgreich, aber wir geben unser Bestes. Sollen wir uns hier links mal durchschlagen? Da war ich vorhin auch schon. Ich wollte hier einen Grill platzieren, weil ich Hunger habe. Aber ich kann leider nicht auf feindlichen Boden bauen. Scheiße. Ich habe zumindest zwei Krabben. Ich könnte hier... Ich habe zwei Jakobsschmusseln gegessen. Okay. Alter, guck mal, wie viel... Da wird eine Menge zu looten sein, da unten. Ja, safe. Ich mache mir halt echt ein bisschen Sorgen um meinen Hunger. Ja. Boah, Pfeil, Pfeil. Boah, Alter, wie viele. Mhm, mhm, mhm. Ach, du Kacke. Scheiße. Nee, wenn, dann müssen wir uns von vorne durcharbeiten. Ja, auf jeden Fall. Zu viele. Boah, sollen wir nochmal... Sollen wir wieder abhauen? Wir kennen auch nicht jede Folge, die wir beginnen, auf dieser Insel. Boah, wird da viel auf uns geballert. Spinnst du? Ah, ja, das ist fast eine Salve. Okay. Ja, die sind jetzt alle alarmiert. Ja, ja. Die haben wir nicht gebrochen. Ah, das ist jetzt schwierig, ja. Wir haben uns alle jetzt gesehen, weil wir oben langgegangen sind. Oh, hier ist noch eine Krabbe. Guck mal, hier ist wenigstens schön friedlich. Ja. Wir können auch mal auf der anderen Seite probieren, ob wir da durchkommen. Andere Seite? Ja, auf der rechten Seite. Ob wir da irgendwie weiterkommen? Gucken wir mal. Oh, da ist noch eine Krabbe. Ja, die stillt zumindest den Hunger ein bisschen. Ja, theoretisch sind da draußen ein paar Meerlins, die man jagen könnte. Oh, kommen wir da oben durch? Nicht, oder? Ach, da bei der Lücke. Nee. Vom Spiel leider nicht so gewollt. Also wir können ja hier die Meerlins jagen, dann vielleicht nochmal nach Hause was zu essen machen und dann wieder herkommen. Können wir machen, ja. Machen wir so. Weil das wird eh Schritt für Schritt hier, das ohne Nahrung und Co. ist... Oh, scheiße, wir frieren. Und dann? Oh, scheiße. Warte, warte, warte. Lass uns mal da schnell zu der Fackel hingehen. Das müsste doch reichen, oder? Theoretisch? Nee, reicht nicht. Wir sterben, Floki. Das geht doch nicht. Nee, es ist leider... ...kein freundliches Gebiet hier. Auch kein Feuer? Ja, aber wir haben doch auch Kleidung an. Ja, zu wenig. Ich weiß auch nicht, wo man hier... Okay. Hat uns wieder verlassen. Ja, aber irgendwie sterben tue ich jetzt nicht. Es geht anscheinend. Bei der Fackel hier... Bei der Fackel hier geht es tatsächlich, ja. Ja. Ja, toll. Jetzt kommen wir ja trotzdem nicht weg. Scheiße. Und die sehen uns immer wieder und dann sehen sie uns doch nicht mehr, so. Ja. Ah. Na gut, Digga, jetzt ist es mir. Naja. Ich probiere jetzt mal kurz aus, ob wenn ich mit der Fackel rumlaufe... ...geht das auch? Also ins Wasser können wir auf jeden Fall nicht. Wenn ich jetzt da ganz nah an die Mauer hinlaufe, dann sollte der mich doch nicht treffen können. Und dann? Ja, das ist die andere Frage. Also dadurch war ja nicht schlecht. Ich glaube, dadurch, dass wir ein Stück weit weg waren, haben wir die zumindest, ähm... ...die die hinten hocken, nicht mehr alarmiert. Aber ich sehe ja auch einen Scheiß, muss ich sagen, ne. Vorsicht! Okay. Die sind richtig angry. Hey, du hast jemanden getötet? Naja. Eigentlich nicht. Es ist gerade verbleibende Feinde auf der Insel. Vielleicht ist es ja irgendwo runtergefallen oder so. Das war ja... Äh, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Hast du Stoff? Nee. Scheiße. Ich sehe leider einen Scheiß hier, ne. Auf meinem Zweitbildschirm sehe ich schon mehr. Aber ich will jetzt auch nicht rüberlunchen und über meinen Zweitbildschirm spielen. Ja, 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 ja. Ich sehe... Hey, warum... Ah, doch, die kann man abbauen. Ja, Metallschrott. Danke dafür. Der Metallschrott, der war genau das, wo ich hinterher war. Aber wo sind die denn? Die haben dich ja von links beschossen, ne? Das heißt, von den Containern da hinten. Hast du deinen Hunger im Blick? Ja. Oh, die Wasserflasche bleibt bestehen. Oh, das haben die jetzt geändert. Geil. Sehr geil. Boah, das ist ja pornös. Ja. Das ist ja pornös. Wow, das ist ein Gegner. Wo denn? Ich werde angegriffen. Wo bist du? Wo bist du denn? Okay, hab ihn. Ja. Und die Dinger sind wieder gespawnt, die Möbel. Oh. Und mich hat schon gewundert, warum hast du den Metallschrott nicht abgebaut, oder wie die Möbel spawnen, den einfach wieder. Und dann fanden. Scheiße. Was los? Da kommen zwei. Auf den, schnell auf den, auf den Dings drauf. Wie ein Scheiß. Hopp. Wo kommen die noch? Da hinten. Ja, okay, easy. Ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Alter, ich treffe gar nichts. Es gibt's ja nicht. Geh weg. Sehr gut. Nochmal drei weniger. Holz und Leder bloß. Ah ja, immerhin Holz. Immerhin. Viel wert. Scheiß Bogenschützen, ne? Boah, Alter. War das knapp. Ey, ich bin so erschrocken. Wenn sie halt einer ablenken könnte, gell? So, warte, ich kann jetzt hier mal nah an die Mauer laufen. Vielleicht kannst du ihn ja dann treffen. Ja, ich hab hier einen Speer. Jude. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ich werde jetzt von mehreren Seiten beschossen. Und bei mir geht das Leben langsam flöten. Ich hab noch Antibiotika dabei, ne? Zum Heilen? Also heilt das Lebenspunkte? Ja. Boah, das wäre mega. Eine erhebliche Menge. Weil ich hab, glaube ich, jetzt noch ein Fünftel. Weil die nämlich, das sind sogar zwei. Ja. Ja, der eine reicht. Geil. Weil die tatsächlich durch die Mauer durchschießen. Ja, die sind halt unfair drauf. Ich kann sein, dass ich die später auch mal anhaue, wegen Gesundheit. Ja, ich hab auch, wie gesagt, wenn du Blutung hast, verbannt, gell? Mhm. Boah, ich bin, also, witzigerweise, ich bin schon so ein bisschen gestrickt. Ich bin schon gestrickt. Ich merke schon. Ich glaube, ich geh nochmal auf die andere Seite und versuch. Hast du, oh, du hast einen Kill gemacht. Das kriegen wir hin. Es dauert nur. Und am nervigsten sind, oi, 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 sind die Bogenschützen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Von rechts kommen drei. Lass mal zum Container zurück, schnell. Ja. Ich hab dem Armbustschützen aber zumindest zwei gegeben. Zwei Pfeile. Zwei Pfeile. Monster Kill. Monster Kill. Multi Kill. Okay, okay. Master Floak hat Bock. Okay, gut, dass wir kein Friendly Feiern haben. Ich hätte gerade so dermaßen den Feiern wieder aufgeschlossen. Okay, da hinten ist noch einer, der hat sogar Rüstung. Kommt schon. Jawoll, ja. Nur Holz, Alter, ihr könntet echt mal, von was ernährt ihr euch? Macht euch mal nützlich. Wir töten euch immerhin. Langsam müsste der Nahkampf doch hier ausgehen. Kommt schon wieder einer. Ja, besonders die Insel ist doch riesig. Die haben doch nicht alle hier in diesem Anfangsgebiet Dorf drin, oder? Boah, pass auf, der kommt auf dich. Mhm. Was ist denn das für eine rote Kiste hier? Das ist ein Metallschrott, Bruder. Was für ein Witz. Oh, er hat Vogelfleisch dabei. Und Algen. Brauchst du was zum Essen? Ja, gleich. Wo ist denn der Typ? Da links ist der Typ. Ich renne da jetzt hin. Echt, willst du? Der hockt da hinterm Baum, ja. Schnapp mir den, Wichser. Hab ihn getroffen. Hab nochmal getroffen. Er ist tot. Stark. Pass auf, rechts schießt noch... Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich seh... Scheiße. Ich seh nicht, von wo die schießen. Brauche Antibiotika. Ja. Lass uns schnell hier hinter den Ding gehen. Ähm... Das ist es, oder? Ja. Ach, das lädt ihr über Zeit auf. Hm, okay. Mhm. Na ja, aber... Wir haben schon mal... Die Hälfte getötet fast, ne? Progress ist da. Ja. Jedenfalls. Auch wenn wir es jetzt nicht schaffen... Äh... Sollten... Haben wir zumindest, ähm... Oh, der hat mich voller... Okay. Einiges geschafft. Boah, krass. Direkt Blutung. Wo hockt der denn? Da oben auf dem... Pingen wär noch geil, wenn's gäbe. Mhm. Wär man in dem Spiel pingen könnte. Der ist rechts oben auf dem Ding. Sag immer... Ach, du hast den nicht gelootet, den Dude. Schade. Nee, ich bin weggerannt. Weil ich... Weil ich fast gestorben wär. Äh, alles gut, alles gut. Ist der da auf dem Wachtturm oben drauf? Oder wo ist der? Hab ich ihn getroffen? Ach, da hinten. Okay. Der ist... Den haben wir gleich. Jawoll. Der ist gleich weg. Sehr gut. Okay, ich hol mir den... Ich hol mir den Loot von dem Dude links, den du vorher gekillt hast. Mhm. Da kommt wieder einer mit... mit Bogen raus. Vorsicht. Scheiße. Pass auf, da ist links einer, gell? Ja, ja, ich seh schon. Ach so. Hab ihn. Sehr gut. Ich versuch's noch mit dem Loot. Holz, Digga, das ist... Ja, gut. Wo ist denn da noch einer? Ja, der steht... Der steht da bei den anderen. Wenn der kommt, dann... Oh, fuck. Oh, da oben ist er. Okay, wie kann ich den treffen? Wenn der kommt, haben wir drei am Arsch. Ich renn auf den Wachtturm hoch. Ich... Ich... Ich kann halt leider nicht durch das Holz schießen, ne? Das ist... Ja, ja, aber die schon. Das ist super ätzend. Ja. Oh, fuck. Der hat ne Armbrust. Vorsicht, da ist ne Armbrustschütze und... Bogenschütze. Alter. Fuck, macht der Schaden. Ja, und die Armbrust, äh... Sorgt meistens auch für ne Blutung. Oh, scheiße, scheiße. Jetzt hab ich ne... Hier, du kommst hier durch. Du kommst hier durch. Wo? Hier, wo ich bin. Komm zu mir. Oh. Da können sie ihm auch durchschießen durch diese Lücke, gell? Mhm. Wir aber nicht. Ich packe jetzt mal ganz kurz den Metallschrott weg. Oh, Junge, 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 Junge. Und immer schön krebssapfen. Mhm, bin dabei. Holz behalte ich mal da. Leder brauchen wir nicht. Stoff auch nicht. Glas brauche ich gerade auch nicht. Verband habe ich. Ähm, Krebs habe ich. Ja, sollen wir jetzt schnell die Meerlinie jagen? Können wir machen. Dann haben wir zumindest ein bisschen Dingfleisch da, weißt du? Mhm. Ey! Oh, Entschuldigung, ich dachte, du sitzt... Nee, nee. Ey! Und da kannst du dir auch so Schwimmflossen basteln. Mhm. Ja, das ist schon abenteuerlich. Meine Güte, wir verbringen da schon 20 Minuten damit, gell? Ja, schon mächtig. Aber man kommt auch kaum voran, weil... Bogen-Schützen, Armbrust-Schützen sind die Schlimmeren. Na ja, mein Guder. Oh, what? Oh, das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Oh, jo, 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 jo. Wo ist unser Boot hin? Über uns. Über uns. Ah! Über uns. Da. Sind tot, ne? Scheiße. Nein. Floki. Was mach ich jetzt? Reinfahren. Oh, ich bin in der Nähe gespawnt. Alles gut. Okay. Ich hab zufällige Wiederbelebung gemacht. Ich hab dem Hai auch zwei Schläge gegeben. Ja, ich auch. Aber ich weiß halt nicht, wie viel der schluckt. Das ist halt ein großer Weißer. Okay, pass auf. Wir fahren zurück. Ist schon wieder da. Ich hab vier Steaks, also. Ja, er ist unter uns. Bist du da? Ja, der hat mich auch schon angegriffen. Hast du deinen Loot? Ja. So, okay. Also wir haben zumindest... Wie viel bringt denn das? 15 los. Boah, ist echt nicht viel. Scheiß, Marlinwächter. Ich hab eine Marlinhaut, ne? Ich brauch drei von der... Ich hab zwei. Oh. Aber wenn man sich das mal so anguckt. Unsere Rüstungen... Also mein Schrotthelm ist zur Hälfte down. Meine Skimaske ist komplett im Arsch. Und meine Schrottrüstungen hatten... Ja... Bin auch schon ein bisschen was verloren. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Soll ich dir die Marlinfisch... Also... Geben? Kannst du machen. Lass uns doch jetzt nochmal... Nachdem wir so ein Teil eingenommen haben... Wenn wir über links oben gehen... Dann kriegen wir doch den Dude... Der da sitzt. Hinter dem... Halisaden. Weil jetzt sind zumindest zwei Bogenschützen weg, weißt du? Ja. Sollten wir auf jeden Fall probieren. Weil jetzt vorne reinzustürmen... Da sind Haufen Nahkämpfer... Da stehen die Bogenschützen und Co. Ja, voll. Wird schwierig. Da unten... Ist das der Armbrustschützer am Baum? Ja. Okay, hab ich ihn getroffen. Wenn man es halt null einschätzt, wie hoch ich zielen muss. Tatsächlich beim Zielkreuz... ...unten... ...also bei diesem unteren Strich... ...wenn du ihn da oben hast. Das hat Sinn gemacht, was ich gerade... Ja. Achso, du schießt aus der Hüfte? Ja. Ja, ich finde das andere völlig nutzlos. Das mit den Zielen. Also völlig nutzlos. Okay. Okay, ich geh näher hin. Oh, der Container ist auch wieder gespawnt. Oh, das funktioniert gut... ...mit dem Kreuz aus der Hüfte. Hab ihn. Hab den Armbrustschützen unten. Ich hab noch einen Bogenschützen. Ich hab den Bogenschützen von der Mauer. Okay. Der ist tot? Ja. Oh, ich hab einen Energydrink gefunden. Wow, okay. Ist noch ein Armbrustschütze im Busch. Nee, ist ein Bogenschütze, okay. Oh nein, er hat mich. Boah, bei mir wird's jetzt dann langsam ein bisschen ungemütlich. Jawohl. Ich hab noch einen Armbrustschützen ausgeschaltet. Sehr geil, sehr geil. Okay, ich werde jetzt vom Bodentruppen gerade angegriffen. Ich glaube, da komm ich klar. Denkt dran, also der Loot bleibt immer 10 Minuten, gell? Mhm. Und wir sollten schon schauen, dass wir den holen. Scheiße. Oh, Alter, okay. Oh, fuck. Ich wurde noch irgendwo angeschossen. Boah, jetzt bricht gerade die Hölle so ein bisschen über uns rein wieder. Ja. Jetzt kommen nämlich die aus dem zweiten Ring. In den zweiten Ring. Schusswaffen. Schuss, ja. Oh, fuck. Da ist jemand hinter mir. Ich bin auf dem Turm oben, aber ich komm gerade nicht runter, weil ich bin da ein Läufchen gegeben. Okay, einer ist down. Scheiße. Ach, come on. Die dodgen aber auch. Wirklich großartig. Zwei tot. Aber schießen die auf dich? Wie weit bist denn du? Nee, ich bin immer noch hier an der Mauer. Guck mal, ich bin hier drüben. Auf dem Hügel, wo wir vorhin waren. Und der schießt von ganz weit hinten. Krass. Ich glaube, das siehst du von da aus gar nicht. Okay, ich habe meine Jungs auf jeden Fall gekillt. Sehr gut. Aber stand es nicht auch in der Beschreibung, dass wir Weitschusswaffen brauchen? Ist ein Bogen keine Weitschusswaffe? Oh, scheiße. Oh, Gott. Ja, lang, ja. Oh, da kommt schon wieder ein Bogenschütze. Und zwei mit Sperren. Ich komme jetzt mal zu dir rüber. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ja, bei mir sind drei mit Sperren um mich herum. Wenn du einfach ein bisschen Feuerschutz von der Seite vier mit Sperren. Ja, ich probiere es. Weil das letzte Mal, als ich da war, wurde ich halt... Okay, der hat was erstes dabei. Wurde ich halt direkt beschossen. Und das ist ja... Ich glaube, den habe ich gekillt, der mich beschossen hat. Ich komme jetzt einfach mal. Oha! Oha, ja, der schießt auf mich. Ja. Oh, spinnst du? Der hat mich getroffen. So ein Möchse. Da wird safe von uns jemand sterben, wenn wir da in der Richtung unterwegs sind. Okay, einer ist down. Oha, das ist gerade schon spannend. Taugt mir aber. Okay. Was machst du gerade? Ich helfe dir. Ah, okay. Ich greife die von hinten an. Stabile. Hat nicht so erfolgreich mit dem Bogen. Ja, die haben aber auch Rüstung. Okay. Wieder einer tot. Noch einer. Oh, da ist jemand mit Bogen. Da ist jemand mit Bogen. Ich muss mich zurückziehen. Ja, ja, der ist gleich ums... Ja, ja, du kannst da nicht reinrennen, Junge. Ja, der Typ mit Bogen ist tot. Schön. Ja, bei mir sind auch alle down. Hier ist auch noch einer mit Bogen. Die haben alle den Durstoff dabei, gell? Nein! Du bist tot? Ja. Das lief so gut. Aber ich hab halt auch bald kein Holz mehr, ne? Das ist das nächste Problem. Ja, gut, aber draußen wachsen ja Bäume. Also halt. So in der Ding-Gegend, in der Strand-Gegend. Mhm. Hello. Hello. Okay. Ja, nahrungstechnisch ist es halt immer so ein bisschen kacke. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ey, der schießt grad nicht auf uns, oder? Ne. Ne, aber auf mich. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Also ich glaub halt, ich überlebe halt keinen weiteren Schuss mehr. 13 Feinde nur noch. Aber ich verblute. Du blutest? Ich hab hier, komm her, komm her, komm her. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Okay, dankeschön. Warte, ich geb dir gleich noch einen. Oder warte, ich mach mal noch, weil die kosten nicht so viel. Dann machen wir noch zwei, dann teilen wir die. Schwupps, und dann schmeiß ich dir noch zwei hin. Mhm, dankeschön. Okay, ja, den ersten Ring haben wir ja reingenommen, Bruder. Ja, eigentlich schon den zweiten. Ja, stimmt. Wenn man den Strand als ersten bezeichnet, ja. Sind da nur noch zwölf übrig, aber der eine ist sehr stark bewaffnet, da ist es sehr dunkel. Ja. Was versteckt sie in der Waschmaschine? Stoff. Ja, das hätte ich mir denken können. Greifst du jemanden an gerade? Nee, mich sieht irgendjemand. Ja, rechts oben. Nee, vergiss es, Floki, da kommen wir nicht durch. Besonders, wir finden hier auch, ich habe ja eigentlich gehofft, dass wir irgendwie so hier Sachen finden, die uns heilen, aber gar nichts in der Art. Ja, das ist ja auch.